Seit wann befindet sich Elex in der Entwicklung und wann begann die Planung dazu? Also die Entwicklung ist jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Die Idee haben wir seit knapp acht Jahren jetzt. Also wir sind da schon ziemlich lange am drauf rumgehauen. Jetzt haben wir endlich mal die Möglichkeit, das da rumzusetzen. Elex ist ein komplett neues Rollenspiel in eurem Sortiment. Plant ihr bereits mehrere Teile oder wollt ihr erstmal sehen, wie das Ganze so ankommt? Also Ideen haben wir immer jede Menge, aber du kannst das nicht im Voraus planen, dass das auch funktioniert. Wir hoffen natürlich, dass die Begeisterung für das Spiel irgendwie überspringt und dann hoffen wir, dass es noch mehr gibt. Spielt man in Elex einen namlosen Helden, so ähnlich wie in Gothic oder in Risen? Also unser Held soll eine wesentlich tiefere Hintergrundgeschichte kriegen und das erfordert es auch, dass er einen Namen kriegt. Also er wird einen Namen haben und er wird auch wesentlich mehr Hintergrundgeschichte haben als in vorherigen Teilen. Also ist mal ein Novum. Okay, also das heißt auch, dass sowas wie ein Charaktereditor oder irgendwie ein Weiblicher Held, die Frage steht gar nicht im Raum für uns? Nein. Wir machen das Spiel eher so wie ein Buch. Es gibt einen vordefinierten Charakter, den du spielen kannst und der hat seine eigene Geschichte, die du auch im Laufe des Spiels ein bisschen herausfinden kannst. Das macht einen gewissen Reiß aus und deswegen kannst du den nicht selber definieren. Kann man sich in Elex wie in den vorherigen Rollenspielen verschiedenen Lagern anschließen? Ja, natürlich. Also wir haben mehrere Fraktionen, denen du dich anschließen kannst. Die haben alle ihre eigenen Quests, die haben ihre eigenen Skills, die haben ihre eigene Art mit dem Elex umzugehen. Das heißt, wie du das Spiel spielen willst, hängt in großen Teilen auch davon ab, welcher Gilde du dich anschließt. Die mögen sich nicht. Die mögen sich nicht, ja. Die können sich untereinander überhaupt nicht leiden. Also wenn du dich einer Gilde anschließt, kann es sein, dass eine andere Gilde eventuell pissig auf dich reagiert. Wie im wahren Leben. Was könnt ihr uns allgemein zur Welt von Elex sagen? Wie dürfen wir uns einen Ritt durch die Postapokalypse vorstellen? Es gibt im Grunde genommen drei Dinge, die eine große Rolle spielen. Es wird eine sehr große, freie Welt, die ich immer frei erkunden kann. Da das Ganze lange nach einer Apokalypse im Grunde genommen spielt, nach einer Katastrophe, einem Meteor, der die Welt traf, gibt es noch Dinge aus der alten Welt. Wir befinden uns ja selber viele Jahre danach. Und einige haben sich der Natur verbunden, spielen mit Schwertern. Das ist so der Fantasy-Teil. Und auf der anderen Seite gibt es noch Technologie, die weiterentwickelt wurde. Das neue Element, das auf die Erde gekommen ist, kann man nutzen, um Technologien voranzutreiben. Das ist so der Sci-Fi-Teil in dem Spiel. Und du wirst natürlich alle Elemente und Assets in dem Spiel wiederfinden. Die Welt von Elex ist auch eine simulierte Welt im Gegensatz zu einer inszenierten Welt. Also wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Welt von Elex sehr lebendig wirkt. Und dass du zu keiner Zeitpunkt aus dieser Welt rausgerissen wirst. Deswegen auch der komplette Kontinent, der am Stück stattfindet, der größtenteils komplett ohne Ladezeiten ist. Du wirst dich von einer Ecke zur anderen bewegen können, ohne einmal laden zu müssen. Dann kannst du in Häuser reingehen, ohne zu laden. Und mit simulierter Welt meine ich, es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Die NPCs gehen tagsüber mal in der Mittagspause eintrinken, tagsüber arbeiten, nachts ins Bett. Und so dass ich als Spieler damit spielen kann. Ohne dass das wirklich eine Quest ist oder sowas. Sondern einfach, ich sehe, was die NPCs tun und kann darauf reagieren. Wenn jemand nachts schläft, kann ich die Scheiße aus deinem Haus rausluden. Wie groß ist die Spielwelt von Elex denn so in Quadratkilometern ausgedrückt? Keine Ahnung, die ist ja noch nicht fertig. Ach, das ist zu früh. Wir sind noch fleißig dabei und sie wird groß. Es gibt also einen riesen Kontinent, den du frei bereisen kannst. Es gibt verschiedene Klimazonen. Es wird Waldgebiete geben. Es wird große Felder geben. Es wird eine Wüstenregion geben. Es wird eine Eislandschaft geben. Es wird eine Hochebene geben. Es wird Lava-Landschaften und Berge geben. Und daran arbeiten wir gerade sehr fleißig. Die offene Welt bei RPGs ist gerade sehr beliebt. Wie lasst ihr euch beispielsweise von Blockbustern wie The Witcher und Fallout 4 beeinflussen? Oder macht ihr da lieber euer eigenes Ding? Mischung aus beidem, ja. Wir gucken uns selbstverständlich andere Sachen an. Wir zocken ja auch liebend gerne irgendwie solche Spiele. Wir gucken uns aber auch ganz alte Sachen an. Outcast zum Beispiel. Und da nehmen wir uns Sachen, die uns gefallen irgendwie und mixen daraus so ein bisschen was Neues. Mit alten Ideen aus Gothic zum Beispiel auch, die immer super funktioniert haben. Und die Mischung daraus macht dann im Grunde genommen das Neue. Wie wollt ihr die Welt denn abwechslungsreich befüllen, ohne irgendwie Leerräume oder sowas zu schaffen? Da haben wir einiges geplant. Also wir haben selbstverständlich Quests. Wir haben Quest-Hubs wie Städte und Lager und sowas. Wir haben Quests, die überall in der Welt verteilt sind. Aber wir wollen auch noch was machen, was wir vorher nicht so oft gemacht haben. Wir haben es gemacht, aber nicht so häufig. Wir wollen mehr Geschichte über die Welt selber erzählen. Also dass zum Beispiel, stell dir vor, irgendwo ist eine Ruine, die ist verstrahlt. Da sind Outlaws drin, die irgendwie da mit Gasmaske rumlaufen und nach irgendwelchen Artefakten graben oder sowas. Die sind dir feindlich gesonnen gegenüber. Aber du kommst da hin und diese Location erzählt eine Geschichte von sich aus, ohne dass wir einen Dialog schreiben müssen. Oder dass irgendwo, ich mein, blödes Beispiel, irgendwo liegen Schlafsäcke rum, die blutig sind. Da kann man sich sofort vorstellen, oh, da ist irgendwas passiert. Was mag da passiert sein? Vielleicht kann man dann noch irgendwo einen Audiolog finden oder irgendwie ein Buch oder irgendwas, dass man irgendwie Geschichten erzählt, ohne Geschichten zu erzählen so ein bisschen. Und damit würden wir gerne die Welt füllen. Das ist so der Plan, wie wir das vollkriegen wollen. Darüber hinaus wollen wir auch mit so, ich sag mal so Viewspots arbeiten. Wir haben ein neues Feature im Spiel, das ist das Jetpack. Das bedeutet, du kannst dich vertikal auch bewegen und höhere Ebenen erreichen. Das heißt, du kannst sehr weit gucken und Teile im Level sollen dich neugierig machen. Die komplette Welt ist wieder handcrafted. Wir befüllen jede Truhe selbst, verteilen unsere Sachen selbst. Und wenn du vom Weiten irgendwie was Seltsames siehst, irgendwie einen alten Förderturm oder so ein Kram, das Ding soll an sich schon neugierig machen, dass du da hin möchtest. Und dann erzählt es deine Geschichte. Wo wir gerade bei dem Thema Crafting sind. Also Crafting wird es geben, definitiv. Selbstverständlich, ja. Wie es genau aussieht. Wir wollen das ein bisschen erweitern, aber es ist noch nicht final. Das heißt, du wirst selbstverständlich mehr... Also wir wollen, dass du mehr Items in der Welt findest, die du fürs Crafting benutzen kannst. Dass es etwas einen höheren Gehalt hat. Und du wirst natürlich auch deine Waffen modifizieren können und so Sachen. Aber in welcher Art und Weise müsstest du denn noch ein bisschen warten? Wie sieht es aus mit Reittieren und Transportfahrzeugen? Was erwartet uns da? Äh, ja. Also es gibt verschiedene Arten der Bewegung. Also neben dem Laufen hatte ich ja gerade das Jetpack erwähnt. Das wird das Movement völlig beeinflussen. Das heißt, du brauchst kein Pferd, wenn du ein Jetpack hast. Ja, das ist einfach was anderes. Und du hast auch keinen Bock mehr, diesen Weg runter zu laufen, wenn du das so machen kannst. Darüber hinaus, über längere Strecken wird es natürlich auch eine Art von Teleportern geben. Die aber nicht alle von vornherein freigeschaltet sind. Sondern du musst erstmal die Welt erkunden und die freischalten. Dass du über Fernreise das auch benutzen kannst. Und darüber hinaus... Schau mal. Bitte zeigen. Ja. Okay. Auf welcher Engine arbeitet Items denn genau? Ähm, wir arbeiten mit unserer eigenen Engine, die wir jetzt seit 2003 entwickeln. Damit wurde auch, ich glaube, Classic 3 schon gemacht. Risen 1, 2 und 3 natürlich. Wir haben die sehr stark aufgebohrt jetzt für Elex. Mit den ganzen Spielereien DirectX 11, Volumetric Lightning, Brucker Depth of Fear. Die ganzen moderne Schnickschnack, den man heutzutage in einem guten Spiel erwartet irgendwie. Haben wir alles drinne. Und das wird auf jeden Fall gut aussehen. Wir haben ein World Streaming, was uns erlaubt wirklich die ganze Welt am Stück zu machen. Was in einer anderen Engine eventuell nicht möglich gewesen wäre. Aber bei uns geht das jetzt. Wir machen auch alle Konsolen-Versionen in-house diesmal, ja. Also die PS4-Version läuft schon. Und darüber hinaus wird es neben PC auch eine Xbox One-Version geben, die wir in-house machen. Damit wir möglichst darauf hinarbeiten, dass die zeitgleich dann auf den Markt kommen. Also alle Plattformen quasi zeitgleich released. Richtig. Alle, die wir anpeilen. Ja, also die drei. Die drei. Ja, also die älteren Versionen. Lohnt sich wahrscheinlich noch nicht. Das wollte ich auch sagen. Vermuten wir auch. Einige Spieler haben sich darüber beklagt, dass in den bisherigen Rollenspielen das Kampfsystem sehr rustikal gewesen ist. Wie wird das jetzt bei Elex sein? Also wir sind sehr weit mit dem Kampfsystem jetzt schon. Das waren wir noch nie. Wir haben jetzt schon ein Kampfsystem, das sehr gut funktioniert. Wo wir jetzt noch ewig viel Zeit haben, das zu polischen. Wir hatten noch nie so früh in einem Stadion so ein ausgereiftes Kampfsystem. Wir haben uns da sehr viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben uns sehr viel Referenzmaterialien aus anderen Spielen angeguckt. Wir haben uns unsere alten Spiele angeguckt. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und denken, dass wir da auf einem ziemlich guten Weg sind, dass dieser Kriegspunkt diesmal nicht mehr kommt. Es wird direkter. Es wird härter. Du musst die Sachen eher selber steuern. Du hast mehr Kontrolle über die Sachen, die der Player macht. Es gibt wieder Schilde, es gibt Zweihänder. Wir haben ein gleichwertiges Fernkampfsystem eingebaut, das du selber benutzen kannst, um zielen zu können. Du kannst optional einen Fokus-Log benutzen, damit sich die Kamera hinter dem Player... Ups hier. Ja. Und somit wird der Kampf einfach anders aussehen. Wir haben alle Animationen, das komplette Kompensystem von Grund auf neu aufgezogen. Nachdem wir das designt haben und eine frühe Version ist jetzt bereits spielbar. Wir denken, das wird gut. Zu guter Letzt, warum Elix und kein neues Gothic? Das hat mehrere Gründe. Zum einen, wir sind zum Beispiel, einige von uns sind Trekkies. Es gibt schon lange die Idee, mal so Sci-Fi-Sachen einzubauen. Oder mal Assets zu bauen, die in unserer realen Welt hier hervorkommen. Ist geil, wenn du an einem vorausseten Auto vorbeiläufst und irgendwelche Assets finden kannst, die du kennst aus dem normalen Leben. Dass du dir vorstellen kannst, dass das da vielleicht sogar hier passieren könnte. Man weiß es nicht. Das ist so ein Reiz, dass wir verschiedene Sachen... Wir lieben das Fantasy-Szenario und wollen jetzt mehr. Das heißt, wir behalten das natürlich drin, die Magie und alles, was dazu gehört. Darüber hinaus entwerfen wir ein neues Universum, das uns viel mehr Möglichkeiten bietet. Darüber hinaus ist es einfach spannend, auch für die Leute da draußen, dass wir etwas Neues entwickeln, was es so vielleicht in der Art nicht gibt, neue Rollenspielerfahrungen zu haben. Und die andere Sache ist, ja, die Gothic-Marke gehört uns. Aber das ist auch so, du fragst drei Leute, wie mache ich denn ein Gothic? Und du kriegst zehn Antworten. Das ist einfach schwierig. Wir hätten natürlich Ideen und wir haben Möglichkeiten. Aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt wäre das sehr gewagt. Da können wir, glaube ich, nur auf die Fresse, egal, was wir machen. Okay, und letzte Worte, die Sie jetzt interessierten Zuschauern mit auf den Weg geben würden? Letzte Worte, die Sie jetzt an unsere Zuschauer richten quasi? Wir sind sehr hoch motiviert, das Ganze jetzt zu Ende zu führen. Alles, was es neu gibt, wenn es neue Sachen gibt, die werdet ihr in den nächsten anderthalb Jahren zu sehen bekommen. Wir wollen euch das zeigen. Wir hoffen, das Ding gefällt euch. Und wir geben uns sehr viel Mühe irgendwie mit Testern und Balancing und allem, was dazu gehört, das Ding auf einem tollen Niveau irgendwie auf den Markt zu werfen. Und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir haben noch ein paar echt geile Überraschungen für euch in petto. Aber davon sieht man heute noch nichts. Ich bedanke mich sehr herzlich. Danke für das Interview. Danke auch.